FC Sachsen verliert Testspiel. Fußball-Oberligist FC Sachsen-Leipzig verlor am Mittwochabend auf Kunstrasen einen Test beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg. Die Leipziger ließen sich vom scheinbaren Favoriten nicht entmutigen und dominierten das Ende der ersten Halbzeit, ohne sich zwingende Chancen zu erarbeiten. In der zweiten Hälfte setzte sich jedoch die individuelle Klasse der Magdeburger durch, die das Spiel mit 4 zu 1 klar für sich entscheiden konnten. Sehen Sie das komplette Spiel morgen um 20 Uhr und Sonntag um 18.15 Uhr auf 8 Sport.